Single Draft Ohhhh Und gerade natürlich einen Helden den ich gut spielen kann Hätte vielleicht nicht als erstes wählen sollen Ah Das ist schwer 10 Sekunden zu wählen 5 Sekunden Warum droppt das jetzt auf beiden Seiten? Weil das irgendwie rumspinnt oder was? Und spackt das denn so ab? Hm Nur 10 Sekunden Achso 5 Sekunden Hurry, hurry Geht auf die Safe Lane mit Exiles Absicherung Wäre das schon mal echt cool Und dann wäre Toast mit Und Slada noch Offlane Ich habe ja keinen Support Und dann Okay Oh Bisschen wurscht! Bisschen wurscht! Ah, wie heißt er? Youtube, Natives, StarTex, Youtube, ok. Slightly höheres Level. Fenton Lancer. Krieg ich? Krieg ich bei Ingenieurwäsche? Tricky, krieg ich, krieg ich. Also... Egal! Für Verwalt! 550 Punkte. Vorwärts! 550 Punkte. Das ist nicht First Blood. Eigentlich nicht. Oh, Body, ok. Ähm... Ich sollte mal... Ah, ok. Ich bin schon auf dem Weg, ich bin schon auf dem Weg. Ich bin schon auf dem Weg. Zartag! Ich bin schon auf dem Weg. Wir haben die erste Bleibung. Wir haben die erste Strecke. Ach, 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 ach... Ah, dang it. Dang it. Scheiße. Das ist nicht so arschteuer. Dann hätte ich es nicht auf den Fallschiffen, wenn ich ihn unsichtbar machen kann. Dann ist das wieder alles. Komisch, dass der noch nicht so reingeht. Was war da? Oh shit. Das ist wirklich ein Problem, wenn der tatsächlich... Verdammt. So lange? Das Problem ist ja schneller. So. So. Simple. Dang it. We will. Anwalt! Ah, shit, ich wollte noch mal anrufen. Oh, shit, 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 shit. Damit hätte ich sie nämlich auch bekommen. Eine Regen, der hat noch keine Regen aufgerüstet. Das hatte ich mir schon... Ah. Weil, ich weiß nicht, Slalabot? Jetzt habe ich natürlich kein... Kein... ...kirchen Mana mehr. Was? Un... Und Uncles Schaden neu verziehen. Okay. Okay. Komfort. So, ich will das mal realen. Wenn ich das jetzt stken mache... ...kirchen. Also, du hast... Wie ist das? Ja. Nae... Okay, hat er schnell reagiert. Okay, we're unpaused. Go! 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 Kill, 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 kill! Ich verstehe das. Das Problem, was ich jetzt habe, ist echt kein Mana. Oh, stimmt ja, der ist ja aus unserem Team. Ja. Naja, in der Zeit kann ich schon mein Computer neu gestartet haben, also. So. Ja, guck mal, guck mal. Schon mal. So. Hm. Nicht dumm rumstehen, schreibe ich hier. Nachricht. Pfff. Meine Fresse. Ja. 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 Meine Re-Gen kann noch gut dagegen ankämpfen Schade, leider keine Kopien Wo ist eigentlich unser... Ach, der ist hier noch raus Nicht so cool eigentlich Ich kann jetzt auch keine Ewigkeiten noch Darauf warten Tango, voller Einsatz Oh ja, vielleicht im richtigen... Im richtigen Ecke gespürt Oh, es ist doch das Würstchen geworden Simple As order We march Death and gold are linked Dragon Knight Forfecum Oh mein Das ist ein bisschen schwer Oh ja, ich hab... ich hab... ich hab... ich hab... ich bin agreeegen Oh shit Shit, 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 shit We agree Don't want help Congratulations You with her On the vine Your middle tower is under attack Oh, they're back Thanks God Draining Knight 3 kills Okay Level 7 Das ist Level 8 Wunderbar, Tusk ist jetzt natürlich zurückgeworfen Auf Level 5 Und dann haben wir hier eigentlich Ach, Bounty und Bristleback Bristleback Wunderbar Den Jungs habe ich doch Spaß Beziehungsweise habe ich noch keinen Track an der Backe Was mich ein bisschen wundert Das kann halt nicht wirklich Oh Mann, endlich kann ich mir die Schuhe holen Auf jeden Fall kann ich sie hier Ganz gut halten Viel Kills auf der anderen Seite Nein Scheiße Das war Mist Dafür war es noch nicht Gut Wo haben wir sie denn Bounty und Bristleback Bounty und Bristleback Mikroforst Doppelter Schaden Ja, gut Aber die ist es nicht so Dramatisch Ah, scheiße Oh nee Merde jetzt Wir wollen das noch gewinnen Drei Leute, die spielen können Klappt doch Weil es nur die Zeit ist, die runterläuft Da hinten ist auch was Ich dachte es mir Was 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 zur Hölle Was ist der denn jetzt mit mir Nächster Pflanzen Okay Wir sind von mir Okay Wer hat den Falschen erwischt Ich brauche mehr Mana Und mehr Leben Echt jetzt Verdammt Ich weiß, wenn wir noch rauskommen Also Ich sollte zurückgehen So, wieder mal kurz ein bisschen. Aber ich bin schon Level 9. Nächstes Level 9. Alter, was machst du da? Okay. Ah, scheiße. Das ist jetzt aber ernst. Jetzt muss ich hier in den Runden drauf gehen. Scheiße. So, fack das nicht. Alter, tschüss. Da. Da. Vielleicht keine Ahnung, die ist, die die Geräusche. Da. Da. Ah, scheiße. Ja. Okay, Nix ist unterwegs. Ich bin nicht genügend Mala, um hier zu halten. Ah, verdammt. Ah, sieht der Lachen aus. Oh, Scham. Nein, das gibt's doch nicht. Slada. Dang it. Triple Fag. Ich dachte, es wird einfacher sein. Das ist nicht schlecht. Gut. Okay. So, jetzt werde ich mir erstmal ordentliche Schuhe holen. Scheiße. Nein. Ah, eine Sekunde zu spät. Oder Hochschallpunkt, eine Sekunde zu spät. Hey, da wieder Autos verfolgt von Dragon Knight. Das wäre echt nicht cool, wenn wir das verlieren. Oh, da ist auch was. Ich hätte mir jetzt nicht erwartet, dass da unbedingt was wäre. Ja. Ah, scheiße. wasser ah ah Oh, ist das jetzt wirklich? Ah, Tusk at Bloodseeker, das ist gut. Oh, nein. Das ist gut. Das ist sehr gut. Oh, Bounty. Das ist sehr gut. Okay. Komm schon. Ah, scheint geblinkt zu sein. Tatsache, das war zumindest mal da jetzt platziger. Oh, da hat er verschissen. Oh, das ist gut. Ja, Bristleback, den kriegen wir. Alle aufnehmen. So, das ist ja, Bristleback. So, das ist ja, Bristleback. Okay. Das ist genau der Richtige. Ja, 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 ja. Okay, der Porte weg. Auch gut. Ich will es mir natürlich mit Kurier holen, aber... Scheiße, das ist extra... Ja, was? So, sobald ich meine Fusel habe, haben die anderen nichts mehr zu lachen. Zumindest war so der Plan, ne? Oh ja. Das war gut. Das hat sich gefangen. Na ja. Dragon Knight. Ich sollte tatsächlich Offering draus machen. Also, öffne ich aber gar nicht... So, wenigstens kann er dich nicht wegmachen. Ähm... Na, kann ich nicht abmachen, das ist schon mal... Das ist eine gute Sache. So, das kann ich dir eigentlich alleine machen lassen. Dann gehe ich zumindest... Okay. Das ist ein Schauen. X1. Guck mal hier, 14, 19 und X spielt nicht mehr mit. Und ich glaube, es ist so gut läuft. Ich tue jetzt nicht gut. Oh Mann, ein X hat dann auch noch... Äh... Böckle Pass und kriegt Punkte ab. Weißt du? Das ist... Bisschen ärgerlich. Oh. Ich habe keine schnellen Schuhe, verdammt. Wien habe ich denn mit dabei, Tusk? Hau den Stun raus, Bruder. What the heck? Ja, endlich. Nein, nein, nein. Nein. Ich gehe da immer auf alle Attribute, das macht mir Sinn. Warte, 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 warte. Ja. Dominant Performance. Burnage? Oh boy. Also. Du bleibst da. Bedeutet, alles was Mana hat, verliert Mana und kriegt voll auf die Backen. Let's see. Ja. Oh boy. Yes. Ähm. Mmh. This is now. Total knowledge. Valach. Mega kill. Own itch. As needed. Easy. Ah, ok. Oh ja. We will. Well, I won't kill you, is he? Purge. Without delay. We will. We will. We will. Simple. Okay, wollen wir mal sehen. Vielleicht kriegen wir es für den tatsächlich noch hin, auch wenn er es eigentlich nicht verdient hat, noch Hunden einzusammeln. Oh, shit. 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 Ah, sweet sepsis. Oh, shit. 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 Wie geht's da eigentlich? Gar nicht. Ah. Gut. Wunderbar. Jetzt können wir... Nee, passt das besser als Dota? Hä? Ach so, lol. Der ewige Streit. Der ewige Streit. Aber da... werden wir es wohl nicht schaffen, auf den grünen Zweig zu kommen. Schauen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Ah, leckum mir, das ist ja so Ja,reck das war es 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 Oh, das war schon noch der Falsche. Oh Gott. Das war auch noch der Falsche, den ich da permanent angegriffen hab. Wie bescheuert ist das denn bitte? Alter. Ähm. Ja, ist ein ganz cooler Effekt. Weil ich hab einen grünen Stuhl. Oh, ich sollte das vielleicht mal ... Ich hab beziehungsweise einen grünen Stuhl. Das ist echt cool. Oh. 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 Wo ich tatsächlich vielleicht an Offering arbeiten sollte. Ja, in meinem Stuhl, ich meine, der sieht man ja so ein bisschen, der ist grün. Also es geht auch schlimmer, wenn ich das Fenster jetzt zumachen würde, dann würde der halt verschwinden. Auch witzig, aber... Ähm... Dann werde ich noch... Nein, das war falsch. Das war falsch. Obwohl, vielleicht wäre das schlauer. Erst Offering fertig machen. Ähm... Und dann... Den Rest. Jetzt hier so. Your middle tower is under attack. Tjaaaah Oof Hallo? Ah, Niko ist auch tot, gut. Komm schon, komm schon. Den kann ich eigentlich nicht, selbst meine Kopien, ich müsste mit dem Crash anfangen. Ah, der hat noch eins, der hat noch eins da behalten. Aha, war alles voll bei mir, okay. Ah, die Essens haben sich gerade gestreckt, wunderbar. Da sind wir ja... Ähm... Okay... Aha, irgendwer räumt hier auf. Ähm... Okay... Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir hier nicht auch ein bisschen mit aufräumen können. Okay... Oh... Ähm... Ja... Ich hoffe, wir kriegen das hin, hier langsam alles... Stück für Stück einzureißen. Die Slada ist nicht schlecht. Bounty ist noch da. Aber die kriegen noch gar nichts mit, oder? Ja... Das ist auch ein Bounty. Die Frisch-Tabler ist noch nicht gegrüßt. Die Frisch-Tabler ist aufräumen. Die Frisch-Tabler ist mit dem Stabler, nicht zu drüben. Bei den Stabler im Stabler ist noch geschwäßt. Passiert raus! Die Frisch-Tabler ist aufräumen. Was war das? da war? Dragon Knight. Ah, Tuskis. Okay. Deswegen. Illusions. Oh, nix. Komm. Gib ihm einen Traum. Nicht so nah ran. Wäre vielleicht eine gute Idee gewesen. Keine Ahnung. Ja, Diffusal Blades sollte ich schon drin lassen. Ähm, Tuskis vielleicht hier irgendwie durch die Gegend? Moment. Was soll ich sagen? Das war nur das Teleportgeräusch. Jetzt wird's interessant. Monkey King Bar. So, ich hab Off-Rank. Ich hab Monkey King Bar. Ich könnte mir noch die zweite Stufe vom Diffusal holen. Ähm. Was zur Hölle? Das hat nix. Äh? Achso, er wollte. Bitte. Hm. Wäre ich mal sagen, Scheiße. Laufen für die anderen, ne? Okay. Wer ist Orange? Schneeco. Okay. Gut, dass er mich nicht hat. Ähm. Okay. Warten wir. Okay. So, komm schon. Ich hab's home. Ich hab's in den Diffus. Okay. So, komm schon. Das ist schon da. Wenigst du mit dem? Oh, das hat er da raus. Scheiße. Genug Beschäftigung für die. Oh, shit. Jetzt hätte ich noch. Schmala hat sich zurückgekauft, okay. Lass ich die lieber mal. Ich versuche jetzt einfach irgendwas. Ich meine. Okay. Alles klar. Oh, wir haben Mega Creeps. Ha. Das ist natürlich jetzt unerwartet. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Okay. Geil. Jo. Oh, mein Junge. Mittlerweile geht das so schnell. Boah, mir ist es in meiner Kopien reichen da schon. Noch ein bisschen und ich habe Battle Fury und dann ist alles vorbei. Ja. hoff' ich zumindest mal. Waren sind alle tot? Gut. Der Arme von Madian. Ja. 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 Dann lass sie doch. Sie haben eh Probleme mit den Mega Creeps. Und wenn sie nicht mehr. Und wenn sie anfangen, wenn sie anfangen zu pushen, stelle ich mich mal kurz dahin und für gewöhnlich halten wir nicht lange aus, wenn ich mich da rein stelle. Das einzig Nervige im Moment ist, dass die Wege zu lang sind. Bloodseeker, mein lieber Freund. Und. Hör advice. Niegasab. Saar. Saar. Bwàn. Jetzt geht's ab. Wenn ich noch meine Battleflow habe. Was meinst du, wie viel Damage ich dann habe? Übel. Dragon Knight, den könnte ich alleine wahrscheinlich gleich erledigen. Battlefury. So. Jetzt habe ich... Gar nicht mehr so viel mehr Damage. Aber... Jetzt müssen wir mal gucken. Vielleicht sollte ich mich da raushalten. Ah, in der Base. Nein, ich habe eine Kopie am Wickel. Ah, shit. Ich habe eine Kopie am Wickel. Ah, verdammt. 550. Ah. Ah, Agility, jo. Schon klar. Dann habe ich keine Mission mehr für. Guter Abschluss für heute. Schlachtenprophet. 1950 Battlepoints. Stufe 2 von 4. Und nochmal 10 Punkte dazu. Das ist natürlich jetzt... Das war noch okay. Ah. Ähm. so das war es dann auch und wir sehen uns dann in der nächsten runde